So wie der aussieht, ist er schon sehr lange, Totsnake. Denk mal drüber nach. Eine erkältete Wache? Ich hab ja sonst keine Sorgen. Hab ich keinen Kodak? Doch, danke. Wollte schon sagen. Puh, meine Finger, ey. Otacon, hilf mir! Ich habe das schon erwartet. Was soll ich tun? Ich bin gefangen. In einer Zelle. Welche Zelle? Da ist eine Foltermaschine. Okay, ich weiß schon. Es ist nicht weit weg. Ich komme. Danke. Perfekt. Danke, Otacon. Wenn es dich nicht gäbe, ne? Ja, Mario werden wir eh nicht erreichen. Deep Throat? Natürlich keine Antwort. Master. Wird ein Soldat gefangen genommen, sollte er eigentlich nur vier Informationen preisgeben. Name, Rang, Dienstnummer und Geburtsdatum. Aber Sie sind nicht irgendein Soldat, Snake. Ich will, dass Sie ihnen nichts sagen. Sie sind zum Glück stark genug, um Widerstand zu leisten. Sollten Sie sich übrigens nicht bei Colonel Campbell melden. Ja, klar. Sofort, sofort. Snake, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's Meryl? Sie haben sie. Verdammt. Snake, die Regierung gibt den Forderungen nicht nach. Sie werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Es tut mir leid wegen Meryl. Aber hören Sie endlich auf zu lügen. Wovor sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Sie wussten es die ganze Zeit. Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear. Geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstreckt? So viel ich weiß, war der Präsident zumindest bis gestern noch nicht über das Projekt Rex informiert. Also nur die, die es wissen müssen. Dies ist eine heikle Zeit. Sogar ungetische Atomtests regnen ein ziemliches Aufsehen. Einfach, was man leugnen kann. Nun ja. Morgen unterzeichnen der Präsident und sein russischer Amtskollege das Start 3 Abkommen. Ach so. Daher das Ultimator. Genau, Snake. Deswegen darf dieser Terrorangriff nicht an die Öffentlichkeit dringen. Wir haben weder Start 2 ratifiziert, noch das Problem der Raketenabwehr vor Ort gelöst. Es geht hier um den Ruf des Präsidenten und Amerikas Plotts als die größte Supermacht der Welt. Patriotismus als Vorwand, die Verfassung zu umgehen. Bitte, Snake, stoppen Sie sie. Weshalb sollte ich? Sie sind der Einzige, der das kann. Sagen Sie mir die Wahrheit über diesen neuen Atomsprengkopf. Ich sagte es schon. Ich kenne keine Einzelheiten. Das glaube ich nicht. Wenn die Situation so ernst ist, weshalb geben Sie nicht nach und geben Ihnen den Körper des Big Boss? Seh, seh. Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Etwas, das Sie mir nicht gesagt haben? Der Präsident hat sich öffentlich gegen Eugenik-Experimente ausgesprochen. Wir wollen nicht, dass die Existenz der Genom-Armee bekannt wird. Und das ist der einzige Grund? Ach, zum Teufel. Tut mir leid. Der tote DARPA-Chef liegt hier direkt neben mir. Armer Mann. Merkwürdig. Er sieht aus und riecht, als ob er seit Tagen tot wäre. Er hat kein Blut mehr im Körper. Ein Blut? Zum Verlangsamen der Verwesung? Keine Ahnung. Aber der Chef starb erst vor ein paar Stunden? Ja, aber er fängt schon an zu verwesen. Wie kommt das zustande? Etwas in seinem Blut, das Sie wollten? Kaum nur die Nanomaschinen und den Transmitter. Hat der Chef den Sprengcode verraten? Ich fürchte ja. Sieht aus, als hätten Sie beide Codes und sind zum Abschuss bereit. Verdammt. Kann das verhindert werden? Es gibt anscheinend eine Notfallvorrichtung, die den Sprengcode abbrechen kann. Eine von Armstack heimlich installierte Gegenmaßnahme. Sie muss mit drei Schlüsseln entsichert werden. Und wo sind die Schlüssel? Ich habe einen, weiß aber nicht, wo die anderen sind. Und außerdem bin ich hier eingesperrt. Dann bleibt uns keine Wahl. Vergessen Sie die Schlüssel. Ihre Priorität muss nun sein, Metal Gear zu zerstören. Tut mir leid, alles auf Sie zu schieben, aber wir haben nur Sie. Rechnen Sie aus und gehen Sie zum Sendeturm. Und? Was? Ich weiß, ich verlange zu fiehen. Arrow, ja. Ja. Ich rette Sie. Danke. Ich werde mein Bestes geben, Colonel. Tja, neu entwickelter Atomsprengkopf war irgendwie klar. Aber diese Geschichte mit dem DARPA-Chef, denkt mal nach. Denkt mal nach. Der ist schon lange tot. Guckt euch den mal an. Der ist lange tot. Und Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Und Decoy Octopus ist schon gestorben, sagte Liquid. Ja, ich glaube, das Bild in eurem Kopf sollte sich langsam formen. Was machst du denn? Was machst du denn? Dich nerven. Halten Sie die Klappe. Nö. Was machst du denn? Dich nerven. Halten Sie die Klappe. Ich mach, was ich will, verdammt nochmal. Ich bin chill. Komm mir bloß nicht zu nah, ey. Furchtbar sowas. Und natürlich habe ich gar keine Ausrüstung mehr, ne? Waren wir auch klar. Tja, das ist eine miese Zelle und die ist wirklich einfach von einem Mann komplett bewacht. Da habe ich keine große Chance. Ich kann nur hoffen, dass Otterkomm mir irgendwann hilft. Und auch wenn er erkältet ist, er bleibt trotzdem wassamm. Hm. Komm schon, Otterkomm, wo bleibst du? Ich brauche Hilfe. Halten Sie die Klappe. Showtime, Snake. Otzloth ruft dich. Oh, shit. Oh, shit. Otzloth geht in die zweite Runde. Na dann, Finger kneten, Leute. Und ready halten, ne? Alles für Meryl. Alles für Meryl. Hey, sage es Ihnen noch einmal. Wenn Sie schnell... Das weiß ich schon. Mich machst du nicht fertig, du Penner. Niemals. Niemals. Wie fanden Sie das? Lächerlich fand ich das. Noch einmal? Mehr hast du nicht zu bieten? Hä? Mehr Volt, Mann. Ha, mich kriegst du eh nicht. Haben Sie schon genug? Nicht mal ansatzweise. Wir sind noch nicht fertig. Nicht, kriegst du nicht. Puh. Sind Sie okay? Auf jeden. Soll ich weitermachen? Klar, jetzt macht es Spaß. Noch einen kleinen Nachschlag. Immer her damit. Nicht abrutschen, Alex. Nicht abrutschen. Muskeltraining ist das, Leute. Nun genug für heute, glaube ich. Wir leben in einer traurigen Zeit. Imperialismus, Diktatur, Perestroika. Russland im 20. Jahrhundert hatte Probleme. Aber eine Ideologie. Russland heute hat nichts. Es war ein Kampf zwischen Freiheit und Regime. Und bei diesem Kampf wurde der Geist des Nationalismus wiedergeboren. Der Boss hat einen Freund in der russischen Regierung. Er ist zur Zeit Leiter der Spätznatz. Er will das neue Atomwaffensystem kaufen. Der Heint war nur eine Anzahlung. Du machst es also für Geld? Ich brauche kein Geld. Ich will, dass Russland aufersteht. Eine neue, aufrechte Weltordnung zu schaffen. So, so. Alles für Mütterchen Russland? Hm. So hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt als Patrioten. Hm. Ja, Leute. Also, wenn ihr ein bisschen euer Dauerfeuer üben wollt. Metal Gear Solid ist eine gute Gelegenheit dafür. Verdammt nochmal. Otacon, wo bleibst du? Otacon. Ich bin schon unterwegs. Jede Aufregung vermeiden. Ich bin nicht aufgeregt. Weiß bloß nicht, wie ich die Zeit verbringen soll. Und klar. Ich komme so schnell ich kann. Gut. Ich hoffe, es wird mal schneller. Finden Sie okay, Snake? Ja. Es gibt nichts Neues. Snake, kann ich Ihnen helfen? Mein Arm tut weh. Armer Snake. Ich erhöhe den Anteil an Schmerzmitteln in Ihrem Blut. Okay. Aber lassen Sie das Bensitrin weg. Das Zeug macht mich nur scharf. Sie scheinen sich nicht so schlecht zu fühlen. Snake, legen Sie den Controller an Ihren Arm. Was? Keine Angst. Es fühlt sich gut an. Hm? Okay, los geht's. Hm. Oh. Wie ist das, Snake? Ein bisschen besser? Wie machen Sie das? Ich habe Ihre Muskeln mit dem Antrieb der Nanomaschinen stimuliert. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Naomi, bitte. Reden Sie. Lassen Sie mich den Schmerz vergessen. Was kann ich sagen? Irgendwas. Ich kann das nicht sehr gut. Bitte. Erzählen Sie von sich. Von mir? Das ist schwierig. Familie. Das ist kein glückliches Thema. Ich habe keine Familie. Nein. Es gab einen Mann, der angeblich mein Vater war. Wo ist er? Tod durch meine Hand. Big Boss? Was? Big Boss? Das wusste ich nicht. Das konnten Sie auch nicht. Das geschah vor sechs Jahren in Sansibar. Nur Snake und ich kennen die ganze Wahrheit dessen, was dort geschah. So ist das wahr? War Big Boss wirklich Ihr Vater? Was hat er gesagt? Mehr weiß ich nicht. Und Sie haben ihn trotzdem getötet? Ja. Wieso? Er wollte es so. Manche Menschen müssen getötet werden. Das ist Vatermord. Ja. Das ist das Trauma, von dem Mantis gesprochen hat. Unser gemeinsames Trauma. Verließen Sie deswegen Foxhound? Sagen wir, ich musste eine Weile allein sein. Und Alaska war der perfekte Ort. Snake. Ich hatte auch keine richtige Familie. Nur einen großen Bruder, der meine Schule bezahlte. Keine Blutsverwandtschaft. Und er war viel älter als ich. Wo ist er? Er ist tot. Tut mir leid. Snake, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Wenn man durch so viele Kriege wie ich gekommen ist, fällt es schwer zu vertrauen. Freunde? Roy Campbell. Sie halten mich noch für einen Freund? Und das wär's? Nein. Es gab noch jemanden. Frank Jäger. Der treueste Leutnant des Big Boss. Und das einzige Foxhound-Mitglied mit dem Codenamen Fox. Grey Fox. Ah. Ich lernte viel von ihm. Aber wolltet ihr euch nicht gegenseitig töten? Ja. Ja. Das stimmt. In Sansibar. Es war nichts Persönliches. Wir waren einfach nur Söldner verschiedener Armeen. Und sie nennen sich noch Freunde? Eke ist kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Das ist Wahnsinn. Ich traf ihn zuerst auf dem Schlachtfeld. Er war ein Gefangener von Outer Heaven. Aber er sah nicht wie ein Gefangener aus. Er war immer cool und präzise. Ich war noch neu. Und er brachte mir die Tricks bei. Kannten Sie ihn gut? Nein. Wir sprachen nie über unser Privatleben. Eine ungeschriebene Regel. Beim nächsten Treffen auf dem Schlachtfeld waren wir Feinde. Wir kämpften ohne Waffen in einem Minenfeld. Das klingt für die meisten merkwürdig. Aber wir übten nur unseren Beruf aus. Es ist wie ein Sport. Männer und ihre Spielchen. Ihr seid wie Tiere. Sie haben Recht. Wir sind Tiere. Wenn Sie Freunde sind, wie erklären Sie sich das Verhalten des Ninjas? Ich weiß nicht. Es sind eure Gene. Ihr seid zur Gewalt prädestiniert. Sie haben es mit Ihrem Gen, nicht? Hören Sie, Naomi. Was führte Sie eigentlich zur Genforschung? Ich wusste nie, wer meine Eltern waren oder wie sie aussahen. Ich denke, ich kam zur Genetik, um herauszufinden, weshalb ich so bin, wie ich bin. Sie erforschten die DNA. Ja. Ich hoffte, anhand meiner Genstruktur herauszufinden, wer ich wirklich bin. Ich hoffte, durch Analysieren der genetischen Informationen, Lücken im Gedächtnis füllen zu können. Gedächtnis ist in der DNA gespeichert? Wir sind nicht sicher. Aber wir wissen, dass das genetische Schicksal eines Menschen von vier Elementen in der DNA bestimmt wird. Was ist mit meinem Schicksal? Sie kennen doch meine DNA-Folge. Ihr Schicksal? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Sie sind Wissenschaftlerin. Keine Wahrsagerin. Ha. Ein interessantes Gespräch. Ja, das waren alles schöne Anspieler auf Metal Gear 1 und 2. Und die Let's Plays habt ihr ja bei mir gesehen, nicht wahr? Natürlich habt ihr die gesehen, weil ihr seid tolle Fans. Ja, nee, wollte ich nur mal so gesagt haben. Falls nicht, holt's ruhig nach. Das ist für die Story gar nicht so uninteressant. Nerven, wie immer. Ha? Oh, mein Magen. Verdammt. Mmh. Hättest du hier Guacamole wohl weglassen sollen, hm? Ja, ja. Chili con carne ist schon lecker, mein Freund. Aber man sollte aufpassen. Muss er dringend kacken? Die denken sich komische Sachen aus. Tja. Ich komm hier trotzdem nicht raus. Hm. Na, Stinky? Name ist auch. Wow. Ha? Atacon. Hey, ich bin hier. Wo? Ich bin's. Atacon. Wow. Die haben sogar Sie geschnappt? Schnell, ich muss hier raus. Loslassen, das tut weh. Äh. Ist das eine Art, um einen Gefallen zu bitten? Loslassen. Hm. Das ist ja wie ein Tierkäfig. Der Gestank. Äh. Schau ihn dir an. Hä? Die Gitte-Gitten. Das ist der DARPA-Chef. Wenn du dich nicht beeilst und mich hier rausholst, liege ich bald neben ihm. Diese Schufte. Das Schloss geht mit der Karte nicht auf. Sie brauchen einen Schlüssel. Wie die Soldaten ihn haben. Was machst du denn hier? Ich, äh, dachte, Sie hätten Hunger. Wenn Sie Essen brauchen, kann ich Ihnen später noch mehr bringen. Und ich habe diese Karte für Sie. Stufe 6. Das lässt Sie aus der Folterkammer. Hier. Nehmen Sie das auch. Was ist das? Ein Taschentuch. Ich hab's von Sniper Wolf. Warum? Ich weiß nicht warum, aber sie ist so nett zu mir. Das klingt mir fast wie das Stockholm-Syndrom. Ich kümmerte mich um die Hunde. Als die Terroristen hier übernahmen, wollten sie alle Hunde erschießen. Aber Sniper Wolf stoppte sie. Ich durfte sie sogar füttern, wenn ich gefragt habe. Die Markhunde. Die ist bestimmt ein guter Mensch. Tun Sie ihr nichts an. Aufwachen, du Idiot. Sie hat auf Meryl geschossen. Na, ich hab mein Möglichstes getan. Sie wollen eine Atomrakete zünden. Ich muss sie stoppen. Dann müssen Sie am Sendeturm vorbeikommen können. Erst musst du mich hier ausholen. Hey, ich versuch mein Bestes. Die Wache hat den Schlüssel. Überwältige sie. Mach mal Pause. Ich bin als Soldat. Ich kenn das nicht. Du musst. Der bringt mich um. Oh, verdammt. Oh nein. Er kommt zurück. Bis bald. Warte. Mist. Und jetzt muss ich irgendwie rauskommen. Aber ich hab so eine Idee. Denn er hat mir ein Handtuch gegeben. Sniper Wolfs Taschentuch. Es riecht nach ihr. Na, klasse. Aber Ketchup. Pikante italienische Tomatendose zum Würzen. Ich hab da ne Idee. Ich glaube, ihr versteht, welche Idee ich meine, oder? Ja, ich weiß. Ich bin gar nicht so dumm. Manchmal, manchmal hab ich Ideen. Was ist los? Na, kriegt da jemand Panik? Tut mir leid, mein Freund. Tut mir leid. Tja. Hätten wir das. Schnell raus, schnell raus. Wuhu. Freiheit. Oh, ich kann sie schmecken. Und jetzt. Jetzt müssen wir schnell raus hier. Und Ration nehmen wir gerne. Und ich will wieder ein paar Klamotten tragen. Das wäre ganz nützlich. Und zwar genau hier. Zum Glück haben sie alles liegen lassen. Tja. Vollidioten. Bam. Back in Business, Leute. Und alles wieder da. Alles parat. Wunderschön. Die Diskette. Da haben die Diskette noch. Timer. B. Bombe. Fuck. Da haben die mir einfach eine Bombe ins Inventar gelegt. Diese Penner. Das war knapp, Snake. Gut, Salad. Dafür wirst du büßen. Ich bin. Ich bin. Dies. Ich bin. Ich bin.